Die Krankenversicherung der Rentner. Ein Überblick über die anstehenden Fragen und Antworten zum Thema Krankenversicherung der Rentner. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe auf meiner Internetseite von Rentenbescheid24.de einen Beitrag zum Thema Krankenversicherung der Rentner veröffentlicht und ich möchte Ihnen einfach mal ganz kurz ein paar wichtige Dinge sagen zum Thema Krankenversicherung der Rentner. Meine Damen und Herren, bevor wir in die wirklich vielfältigen Rechtsprobleme da einsteigen, dazu werde ich sicherlich noch sehr, sehr viele Videos drehen zu den Einzelproblemen, möchte ich Ihnen eigentlich jetzt erstmal sagen, was es eigentlich so grundsätzlich bei der Krankenversicherung der Rentner geht, was das eigentlich ist. Also wir haben ja die Möglichkeit in der gesetzlichen Krankenversicherung uns in mehreren Arten zu versichern. Einmal mit der Aufnahme einer Beschäftigung, dann bin ich pflichtversichert. Das merken Sie sich bitte pflichtversichert. Dann habe ich die Möglichkeit, mich in der gesetzlichen Krankenversicherung freiwillig zu versichern, wenn ich zum Beispiel ein so hohes Gehalt habe, dass ich über der Jahresarbeitsentgeltgrenze bin. Dann kann ich sagen, okay, ich will mich freiwillig versichern. Bitte nicht Beitragsbemessungsgrenze, das ist was anderes. Oder aber ich habe so ein niedriges Einkommen, dass ich mich in der kostenfreien Familienversicherung meiner Ehegattin, meines Ehegatten, meines Lebenspartners, meines Lebensgefährten, meines Lebenspartners oder Lebenspartnerin versichere. Das ist alles möglich. Und die Krankenversicherung gibt uns sozusagen immer eine Art Treppenstufe. Das heißt also, in der Krankenversicherung gilt immer das Prinzip, dass eine Pflichtversicherung immer Vorrang hat vor einer Familienversicherung oder den Vorrang hat vor einer freiwilligen Versicherung. Und innerhalb der Pflichtversicherung gibt es auch wiederum, ich sage jetzt mal, gerade, also wenn wir den ersten Grad der Pflichtversicherung nehmen, die sozusagen über allem steht, dann ist es die Pflichtversicherung aus einer Beschäftigung. Die über der Geringfügigkeitsgrenze ist. Das heißt also, wenn ich mehr als 521 Euro monatlich Bruttoeinnahmen habe aus einer abhängigen Beschäftigung, bin ich in der gesetzlichen Krankenversicherung nach § 5, SGB V, Pflichtversicherung. Und diese Pflichtversicherung hat sozusagen die höchste Wertigkeit von allen Pflichtversicherungen. Und wenn ich in einer Beschäftigung bin und bin über diese Beschäftigung Pflichtversichert, dann schließt diese Pflichtversicherung alle anderen Arten von Pflichtversicherung erstmal aus. Das gilt natürlich dann auch für die Krankenversicherung der Renten, meine Damen und Herren. Das ist eine ganz einfache Regelung. Und in diesem Beitrag oder in diesem Video geht es jetzt erstmal wirklich nur darum, Ihnen so eine Art Wegweiser durch diese spezielle Pflichtversicherung, nämlich der Krankenpflichtversicherung für Rentner, zu geben. Ich hatte ja schon gesagt, ich werde dann verschiedene andere Videos noch zu den Detailfragen geben. Die Krankenversicherung der Rentner ist im Sozialgesetzbuch Nummer 5, Recht der gesetzlichen Krankenversicherung, speziell geregelt. Und zwar im § 5 Absatz 1 Nummer 11. Und dort steht drin, also die Krankenversicherung der Rentner heißt auch abgekürzt KVDR. Also wenn ich jetzt in diesem Video auch ab und zu mal was zum Thema sage, KVDR, wissen Sie, aha, das ist die Krankenversicherung der Rentner. Und ganz klar ist, Sie kommen nur in die Krankenversicherung der Rentner rein, wenn die speziellen Anspruchsvoraussetzungen für die Krankenpflichtversicherung der Rentner voraus vorliegen. Und das ist praktisch dann der Fall, wenn Personen, die die Voraussetzung für den Anspruch auf eine Rente aus der gesetzlichen Rentnerversicherung erfüllen, diese Rente auch beantragt haben. Das ist eine wichtige Voraussetzung. Und wenn Sie seit der erstmaligen Aufnahme einer Erwerbstätigkeit bis zur Stellung des Rentenantrags, ganz wichtig, mindestens neunzehntel der zweiten Hälfte des Zeitraums Mitglied in der gesetzlichen Krankenversicherung oder nach § 10 versichert waren. § 10 SGB V Versicherung ist die Familienversicherung. Also in dieser, in diesen kurzen, sagen wir mal, Tagbestandsbeschreibung der KVDR steckt schon unheimlich vieles drin. Zum Beispiel das Thema, welche Personen denn überhaupt versicherungspflichtig sind. Muss ich eine Rente beantragt haben? Wie lang ist die Rahmenfrist oder wann beginnt die Rahmenfrist? Erstmalige Aufnahme der Erwerbstätigkeit. Was ist eine Erwerbstätigkeit? Wie wird das definiert? Und Rentenantrag. Und was bedeutet eigentlich neunzehntel der zweiten Hälfte? Wie berechne ich das? Und was zählen da alles für Vorversicherungszeiten in der Krankenversicherung mit dazu? Das heißt also Pflichtbeitragszeiten, freiwillige Beitragszeiten oder aber Zeiten der Familienversicherung spielen da möglicherweise meine Kinder auch eine Rolle. Das sind alles solche Fragen, die wir dann in vielen anderen Videos auch nochmal klären. Ich habe hier nochmal eine kleine Auflistung gemacht zu dem ganzen Thema. Also wer hat Anspruch auf die Aufnahme in der KVDR? Was ist die Rahmenfrist? Wann beginnt und wann endet sie? Was bedeutet erstmalige Aufnahme der Erwerbstätigkeit? Erwerbstätigkeit, 90% Mitgliedschaft in der zweiten Hälfte der Rahmenfrist. Welche Zeiten zählen dazu? Ganz wichtige Frage, welche Bedeutung haben eigene Kinder, Stiefkinder, Pflegekinder oder adoptierte Kinder für die Vorversicherungszeit? Also diese 90% Zeit. Wann ist die KVDR für mich überhaupt ausgeschlossen? Erbe ich die Vorversicherungszeit meines meiner verstorbenen Ehegatten, Ehegattin, werden weise oder halbweisen automatisch Mitglied in der KVDR? Wird die Vorversicherungszeit der neuen Rente nach einer bestehenden Rente neu geprüft? Also muss das neu geprüft werden? Und welche Einkommen werden als KVDR Rentner nicht extra in der gesetzlichen Krankenversicherung verbeitragt? Das heißt also, habe ich auch einen Vorteil davon, wenn ich in der KVDR bin, muss ich dann auf andere Einnahmen noch extra Beiträge zahlen? Auch das werden wir in einem besonderen Video mal mit Ihnen besprechen und Ihnen das mal erläutern. Also meine Damen und Herren, so einfach ist es nicht. Die Krankenversicherung der Rentner ist aus meiner Sicht ein Buch mit sieben Siegeln. Was so wirklich unscheinbar in dem Gesetz dahergeschrieben ist, ist in der Rechtspraxis oft sehr, sehr schwierig. Nicht jeder, der eine Altersrente oder Erwerbsminderungsrente beantragt, kann in die KVDR kommen. Oftmals spielt auch das magische 55. Lebensjahr oder fehlende Vorversicherungszeiten eine entscheidende Rolle. Manchmal reichen sogar die Zeiten für die Kinder nicht aus. Ja, wie schon gesagt, wir werden dazu, ich werde dazu verschiedene Themen zu diesen Beiträgen veröffentlichen und ich hoffe, dass dieses ganze Thema für Sie auch interessant ist und Sie dann uns mit Ihren Kommentaren und mit Ihren Anfragen zu diesem Thema dann auch bereichern auf Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, so, das soll es gewesen sein. Erstmal so zur Einführung in das Thema Krankenversicherung der Rentner. Sie merken sich bitte nur eins, die Krankenversicherung der Rentner, wenn sie denn gewährt wird durch Ihre Krankenkasse, ist eine Pflichtversicherung. Und diese besondere Art der Pflichtversicherung bedeutet für Sie erst einmal im Grundsatz günstigere Beiträge als zum Beispiel in einer freiwilligen gesetzlichen Krankenversicherung. Näher zu diesem Thema finden Sie wie immer auf Rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Das Ganze ist sehr wichtig.